Musik Mein Name ist Klaus Finzel, bin 47 Jahre alt und seit 15 Jahren Trainer hier beim Rallstädter SC. Ich bin Nathalie Finzel, 34 Jahre alt, Spielerin Rallstädter SC Erste Damen. Ich war Trainer hier bei der neu gegründeten Rallstädter Mannschaft und Nathalie hat noch bei Stapelfeld gespielt und das war unsere erste Neuverpflichtung mehr oder weniger. Von Stapelfeld nach Rallstädt und dann über den Fußball kam dann die Liebe. Zu Hause hatte ich auch das Sagen und auf dem Platz habe ich das Sagen. Auf dem Platz ist er Trainer und neben Platz ist er mein Mann und nicht mehr, nicht weniger. Musik Ja, wir sind Kreisligameister geworden, haben kein Spiel verloren, nur einen Unentschieden geholt. Ja, wir sind einfach ein super Team, haben viele gute Spielerinnen, viel Potenzial, haben viele Tore geschossen, wenig kassiert. Ja, das was halt dazu gehört, um Meister zu werden. Musik Musik Ich glaube, das kriegen sie ganz gut hin, auch jetzt mit dem Sportlichen und so. Die arrangieren sich das schon und Nani gibt schon so den Ton an und organisiert das Ganze und dann klappt das auch. Musik Jetzt ist es mit dem Baby ein bisschen schwieriger, dann bleibe ich dann eben, mache ich Dienstags Training aktiv, meine Frau ist zu Hause. Am Donnerstag werden die Rollen getauscht, dann ist Papa zu Hause und Nathalie trainiert und am Wochenende sind wir beide auf dem Platz und dann nehmen die Kleinen mit dem Wagen mit. Der Joker auf der Bank. Musik 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 Musik